Guten Morgen, heute werden die Latten für die Decke gekobelt und meine heutige Gastarbeiterin ist meine Mama. Die hilft mir heute. Freust du dich? Und wie. Ja. Okay, los geht's. Also, die Latten hat es günstiger gegeben als die dünneren Latten und deswegen müssen wir dieselbe dünner rubeln. Jawohl. Datten habe ich jetzt schon mal angeflammt. Da habe ich jetzt leider kein Video von gemacht mit dem Bunsenbrenner. Und jetzt werden die alle geölt. Es geht weiter mit der Holzdecke. Die Latten. Die mache ich jetzt mittig. Und die Decke dran. In einem Abstand von 2 cm zueinander. Das gefällt mir. Das wird richtig gut. Das gefällt mir. Das wird richtig gut. Während ich die Decke hoch mache, will ich auch gleich noch die Deckenstrahle damit einbauen und verkabeln, weil jetzt kommt mir da noch gut ran. Das ist die beste Erfindung, um Löcher in die Wand zu bohren, weil dann verrutscht mir die Appelschraube nicht mehr. Also, kleiner Test, ob ich alles richtig verkabelt habe, bevor ich jetzt die Decke weiter zumache. Dazu habe ich jetzt mal einen Dimmer angeschlossen. Ja. Funktioniert. 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 Musik Musik